Bütze hoch So, da können wir eigentlich noch mal rechts aufbreiten. Unsere Worte mal ein bisschen angucken. Dann wieder auf die bunte Straße. Das machen wir gar nicht. So, geht los hier. Bütze hoch. Da links ist der Loch. Da ist noch Platz. Die ganze Feuerwehr. Die ganze Zeit verstanden vom Dach. Da können sie draußen sitzen und schütteln oder sonst was. Da ist noch rechts. Da ist schon ein Eck hier. Boah, guck mal dahinten. Die Pöller drehen sich. Bütze hoch. Komm. Was ist denn hier los? Können wir ziehen heute? Das Marsch. Das muss ich erst mal machen. Geht her, wir müssen noch mal. Die Marsch. Die Marsch. Der Marsch. Alleinwegs. Dann hast du gebraucht... ...das ist nicht so, dass es so hinzubleiben. Aber guck mal, wo wir hängen gekommen. Hier. Gän ist da aufsitzend. Gän ist da aufsitzend. Gän ist da aufsitzend. Gän ist da aufsitzend. Oder irgendwann mal kommt man vor dem Erden dahin. Gän ist da aufsitzend.